So, jetzt sind es nur noch 30 Kilometer und wir sind in unserem Ziel angekommen, nämlich in Italien mit dem BMW i3 hier. Und ganz kurios, hier unten auf dem Nummernschild, das will ich euch mal zeigen, das kennen wir ja noch, München, EL, eine Ziffer ist klar und dann aber der Buchstabe E, den kennen wir bisher nicht, der ist neu. Der steht natürlich für Elektro und Elektro in unserem Fall, bei unserem BMW i3, dass wir ihn mal wieder laden müssen. Das sagt mir übrigens auch mein Navigationssystem schon seit einiger Zeit, denn es sagt immer wieder, bitte laden, bitte laden. Das kann auf der einen Seite natürlich positiv sein, weil es sich früh genug daran erinnert, dich auch damit auseinanderzusetzen, wo denn die ein oder andere Ladestation sich befindet. Auf der anderen Seite, naja, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen. Und dann kommen wir zum Pedal. Also das ist eine Sache, da muss ich als derjenige, der gerne Gas gibt, natürlich mich ein bisschen mehr dran gewöhnen wahrscheinlich. Denn immer wenn ich vom Gas runtergehe, bremst der Wagen. Das ist gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Und jetzt geht's auf die letzten 30 Kilometer Richtung Italien.